Dieser neue Renault Scenic steht hier zum Verkauf. Der schwarze Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer, und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Automatik-getriebenes Diesel überträgt eine Leistung von 160 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017